Sie hören eine Kostprobe des Sales Uncall, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Und heute zu dem spannenden Thema Compliance bei mir hier im Studio, Prof. Dr. Volker Römermann. Volker, du bist hier ein Kollege bei der GSA, also bei der German Speakers Association. Du hast allerdings auch ein richtiges Leben. Du hast Kanzleien oder Niederlassungen von Kanzleien in Hamburg, Berlin und Hannover. Du bist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin mit dem Thema Vertragsverhandlungen. Du hast über 100 Veröffentlichungen geschrieben. Man kann durchaus sagen, du bist Experte für Wirtschaftsrecht und insbesondere unser heutiges Thema Compliance. Herzlich willkommen, Volker. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Compliance ist ja ein Wort, das wirklich in aller Munde ist im wahrsten Sinne des Wortes. Was heißt das eigentlich aus deiner Sicht? Compliance kann man im Grunde übersetzen mit Regeltreue. Also ich beachte alle Regeln und zwar sowohl die Gesetze natürlich, als auch die Regeln, die ich mir selbst stelle. Viele Unternehmen haben ja heute Compliance-Richtlinien, also die Regeln, die sie sich selbst geben. Gerade die großen Unternehmen haben das. Und man achtet darauf, dass das Unternehmen die Regeln einhält, die Mitarbeiter die Regeln einhalten und natürlich auch die Organe, also die Geschäftsführer, die Vorstandsmitglieder, alle Regeln einhalten, die es da so gibt. Man könnte ja auch meinen, das ist so ein bisschen so eine hektische, typisch hektische amerikanische Reaktion auf irgendeinen Vorfall. Glaubst du, dass das bleibt oder ist das nur eine Modeerscheinung? Beides. Es ist tatsächlich eine Reaktion auf einen Vorfall gewesen, nämlich Enron. Der Enron-Skandal in den USA, Bilanzmanipulationen. Arthur Anderson ist dem zum Opfer gefallen als große WP-Gesellschaft, weltweit agierende WP-Gesellschaft. Und da hat die New Yorker Börse entschieden, sie wollen das nicht mehr. Die wollen jetzt Manipulationen vorbeugen. Und seitdem zwingt die Börse, alle, die da gelistet sind, ein System vorzuhalten, wo man tatsächlich verhindert, dass solche Regelverstöße wieder eintreten. Und von da aus ging diese Welle. Ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist in dem Sinne, dass es bald wieder verpufft. Sondern ich glaube, dass es tatsächlich eine neue Sensibilität geweckt hat. Dafür, dass ich nicht nur Regelverstößen nachlaufe, also praktisch, wenn die passiert sind, dann renne ich hinterher und gucke mal, was für eine Sanktion das dann hat. Sondern, dass ich nach vorne gucke und mich frage, wie kann ich das in Zukunft verhindern. Und insoweit hat das schon eine neue Blickweise eröffnet. Und die wird uns, glaube ich, noch lange, lange, lange beschäftigen. Okay, also das heißt, es geht um die Frage, nicht nur, welche Regeln gibt es und welche Regeln sind einzuhalten, sondern auch vor allem um die Fragestellung, wie kann ich die Einhaltung dieser Regeln sozusagen durch das System erzwingen auf irgendeine Art und Weise. Genau. Also ich muss im Unternehmen ein System installieren, das das verhindert. Wir hatten ja auch in Deutschland schon einen Riesenfall dazu, Siemens nämlich. Die sind an der New Yorker Börse gelistet und die mussten sich dementsprechend einem Test praktisch ausliefern durch ein externes Prüfungsinstitut. Und da wurden die schwarzen Kassen in Dichtenstein und in der Schweiz gefunden. Der ganze Skandal, der dann folgte, Aufdeckung und dann nennt man so schön Internal Investigation, also das wird dann nochmal geguckt, wo gibt es denn sonst dann noch Regelverstöße, soll Siemens so zwischen einer und 1,5 Milliarden Euro gekostet haben. Das ist natürlich eine ganz schöne Zahl. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass viele Unternehmer, viele Unternehmen Angst davor haben und dann ein Stück weit auch erstmal mit einer Panikreaktion reagieren und vielleicht sogar, ja, sich auf eine gewisse Art und Weise geschäftsschädigen, plötzlich verhalten, Regeln aufstellen, die dann auch tatsächlich so in das Business eingreifen, dass Business as usual erstmal nicht mehr möglich ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da genügend, ich sag mal so, Schockreaktionen gibt, wo dann plötzlich einer sagt, so und ab sofort hier keine, wie auch immer mehr, keine Geschenke mehr und keine Kundeneinladung und also Riesenhektik sozusagen und Panik entsteht und vielleicht sogar ein Stück weit Überreaktion. Muss jetzt jedes Unternehmen sich damit auseinandersetzen oder nur die Unternehmen, die an der Börse sind in New York oder in den USA? Also es gibt tatsächlich diese Panik, das ist so. Und viele, wenn du das Wort Compliance erwähnst, Horror, schrecklich, Bürokratie, Kosten und so weiter, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber es gibt auch eine andere Betrachtungsweise. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de www.salesupcall.de www.salesupcall.de